ja moin zusammen ja wie man sieht ein älteres video dass ich jetzt über arbeite etc ja in dem fall ging hier ständig die handbremskontrolle an was am ende wahrscheinlich bedeutet dass der bremsflüssigkeit fehlt wenn die handbremse nicht angezogen ist beim frontera ja den haben wir schon länger nicht mehr aber war ein echt tolles auto und jetzt geht es gleich los mit dem video und der fehler suche ich fahre nur alte karren will kein neues auto haben können ja andere gerne fahren mir ist egal was andere machen doch ich stehe halt auf rollschool deshalb fahr ich klassiker ich liebe alte autos egal was anderes sagen die formen und die farben das sind kunstwerke die fahren ich werde nie verstehen wie man das nicht sehen kann ist ja auch egal jedem sein ding doch weil ich alte autos fahrwerb dich heute schon bestimmt mein oldtimer macht vielleicht mehr trägpartikel doch dein e-auto ist nur ein wegwerfartikel nicht gerade nachhaltig was ihr da so macht wenn ihr jedes jahr ein neues plastik auto fahrt ja hier sind drei behälter in der nähe von der bremsflüssigkeit das ist natürlich extrem blöd ok das war unfair die bremsflüssigkeit ist er hier da ist die kupplung das ist die servolenkung servolenkung die geht so auf die glaube fast sieht voll aus ja naja noch kommen noch einen kleinen schluck so was hat man immer dabei kühlmittel bremsflüssigkeit öl sollte man immer dabei haben einen kleinen schluck dass es nicht überläuft vielleicht ist es auch noch ein kleines bisschen hier oben in diesen in diese fuge muss das rein diese kralle da genau die ja guck mal ob die leuchte noch mal angeht jetzt anschalten handbremse los leuchtet es an jetzt ist aus perfekt dann fehlte noch ein bisschen ok ja ich denke mal dass die bremsbeläge ein bisschen runter sind also ein stückchen weit runter sind und mal kurz hier reingucken eigentlich nicht naja sie werden sich ein bisschen abgenutzt haben dann rutscht natürlich die flüssigkeit nach und dann ist automatischerweise oben die flüssigkeit natürlich weg das hier ist übrigens das was wir an keks nennen genau wenn er morgens rein kommt und voller öl ist kann man ganz hundertprozentig davon ausgehen irgendein auto verliert öl den hatten wir auch schon mal zwei tage in einem auto sitzen weil er sich irgendwo reingeschlichen hat überall treibt er sich herum in den autos ja ja denn bis später das sieht nach arbeit aus der kleine hat wieder irgendwas das radlager fertig zu machen ja ein bisschen das radlager ist in dem fall wie bei einigen autos nachstellbar zwei kuhlische lager werden auf pressung zusammengesetzt hier übrigens sehr gerne genommen bei geländewagen der wagengeber vom land rover serie also der serie mäßig nicht vom land rover serie 3 oder so in dem fall war der im discovery drin ja oh Gott der kater ich glaube er hat vor jedem film von uns deutlich zu kommentieren kann man ausziehen sehr zu empfehlen die dinger wie viel wiegst du 50 kilo das reicht nicht ja stimmt hatten wir mal festgestellt wenn sie auf den drehmomentschlüssel draufsteigt sind es genau 130 Nm ok wir wechseln mal kurz die kamera beziehungsweise durchführen sie mal weiter und dann und dann und 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 Jetzt haben wir, das ist die Bremsscheibe, Radträger und hier sitzt die Freilaufgabe mit dem Radmager. Wir müssen diese Imbusschlüssel, äh, Imbusschrauben lösen. Imbusschlüssel satzt nicht da drüben. Jetzt kannst du den Innendeckel auch mit rausnehmen. Genau. Das muss jetzt geputzt werden. Das ganze Fett muss raus. Dann sieht man nämlich, dass das ein Sicherungsblech ist, das Radlager sichert. Dann legen wir den Lappen da drunter. Nehmen wir uns den Bremsenreiniger. Sprühen das ein bisschen aus, vor allen Dingen an den Schrauben, die da sind. Genau, das müsste reichen. Jetzt nehmen wir uns den Kreuzstützschraubendreher. Der kleine liegt da. Erst mit dem Hammer hinten draufschlagen. Nicht drehen jetzt. Müssen kurz angelöst werden. Die setzen sich ganz gerne mal. Erst wenn das da drin ist, drehen. Genau. Nein, 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 nein. Wenn du merkst, halt mal kurz die Kamera. Da kann ich das vielleicht noch um die Schraube haben, dann habe ich ja nichts zu. So. Mal hier einen Kratz nehmen auf den Projekt. Das sind sogenannte Prellschläge. Dann. Dann. Löst sich das irgendwie. So. Wart. 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 Bremsaltra Fettfüllung drin ist, sind die Schraubenköpfe natürlich auch voll. Und so ein Gleitmittel beim Schraubenlösen braucht man nicht. Alles klar. Jetzt angeln wir das Sicherungsblech daraus. Dann müssen wir einen kleinen Schraubendreher und eine Zange. Sprengringzange habe ich da glaube ich hingelegt. auch aufs brett legen dahinter ist jetzt die verschraubung die die lagerhälften hält dann nehmen wir uns einen schraubendreher normalen schlitz und drehen die auf einfach irgendwo einsetzen und aufdrehen nicht so kompliziert darin sehen wir jetzt das äußere lager ausgebucht kriegen so muss man zu zweit machen das ist das äußere lager das insel werden wir jetzt da nicht rausholen wir werden jetzt ablagerfett einfüllen reichlichst ziemlich stabiles zeug das ist ablagerfett richtig schön satt rein richtig schön rein stopfen dass bis hinten hindurch geht genau so so Dann könnte es sein, dass es ein bisschen trocken war. Das sollte langsam reichen, abputzen den Fingern. So, und jetzt ein Bau in umgekehrter Richtung. Wir nehmen das Radlager, das größere, stecken das konisch natürlich nach innen. Das hat auf der anderen Seite quasi einen Partner, der ist genauso konisch, geht zur Mitte sozusagen runter. Darauf läuft der Wagen und der wird durch die Verschraubung vorgespannt. Ergo lässt sich das schön reinpressen. Nehmen wir ein bisschen Schrauben durch. Warte, ich nehme einen zweiten. Schön, dass es rauskommt und das wird dann auch noch drumherum verteilt. So, jetzt hebt sich die Radnabe an, wenn es denn drin ist. So, das verteilen wir jetzt auch noch. Bei Fahrzeugungen, die öfter mal mit den Rädern unter Wasser sind, wie dieses, sollte man das nicht so sparsam verwenden. So, jetzt kommt da die Verschraubung drauf. Die liegt da hinten. Genau die. Mit den Rastern nach außen. Ein bisschen die Sprengringzange nehmen hinterher. In zwei Löcher rein und so. Oder Dreck. Und festdrehen. Dabei kommt wieder reichlich Fett raus. Das ist dreckiges Fett. Das ist sehr gut. Dreckiges Fett wird jetzt rausgepresst. So. Das muss richtig angeballert werden. So viel wie geht. Dann kommt der Trick, wie man die Radnage einstellt. Maximum. Das ist das Maximum. Ich nehme die Zange. Hört sich gut an. Fett verteilen. So, nochmal die Zange. Einmal alle 6 Jahre wird so ein Ding mal gewechselt oder ausgetauscht oder mal gewartet. Zu deutsch lohnt sich nicht. Jetzt lässt sich das Rad nicht mehr bewegen. Das bedeutet, wir müssen da wo wir jetzt den Schraubendreher eingesetzt haben, bis zur nächsten Verschraubung zurückschlagen. Erster Test. Läuft seidenweich. Genau. Vorher abputzen. Nochmal raus. Sonst findest du die Löcher nicht mehr. Kleine Löcher hier drin. Die Löcher sind für die Verschraubung. Die Großen sind für die Einstellungen. Und da sind immer noch die Rastermarken. Das ist alles zur Einstellung des Radlagers gedacht. Mal gucken, ob das übereinstimmt. Fast. Wir können jetzt noch ein Müll lösen. Wie man hier an dem sieht. Dann müssten die Schraublöcher für einstimmen. So. Wir nehmen den Großen. Das Großen weg. So. Bisschen lösen. Jetzt müsste das eigentlich zum Verschrauben passen. So. Hier ist eine kleine Schraube. Gehe ich in das falsche Loch rein stecke? Oder wie? Na so. Einmal nochmal mit einem Prellschlauber. Das wird daraus gedrückt. Und fest. So. Jetzt die andere. So. und einmal richtig festziehen fertig die letzte und einmal richtig festziehen jetzt kommt der nabenträger der wird wahrscheinlich so nicht passen hat sich ein bisschen gedreht jetzt passt das jetzt kommt der deckel erst drauf mit den schrauben schön so so das war's für heute ich wünsche euch noch ein samtverstattendes wochenende ich hoffe euch das remastered video gefallen ja ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video bis zum nächsten mal